Moin, mein Name ist Rupert Schwarz. Herzlich willkommen auf unserem Familienbetrieb Frauenholz. Wir bewirtschaften hier einen Ackerbau und einen Schweinezuchtbetrieb. Seit 40 Jahren vermehrt unsere Familie hier Jungsauen für die PIC und im vergangenen Jahr haben wir die Zusammenarbeit mit der Firma Gesing Tierzucht aufgenommen, die zukünftig unsere Jungsauen vermarkten. Der größte Ansporn für unsere Mitarbeiter und mich ist es eigentlich durch den Stall zu gehen und schicke Tiere zu haben. Sie sind gesund, sie sind aufgeweckt, sie sind dressiert, sie fressen gut, das Klima ist gut. Wenn das am Ende des Tages passt, macht das die ganze Sache rund und wir sind zufrieden. Das ist der Ansporn. Wir haben uns dafür entschlossen, hochgesunde Jungsauen zu produzieren und das ist selbstverständlich, dass da ein geschlossenes Hygienekonzept dazugehört und wenn wir auf hohem Standard produzieren wollen, ist es selbstverständlich, dass wir eben auch ein funktionierendes Hygienekonzept haben. Ich bin Denise Wöhne, ich arbeite als Tierärztin bei der PIC. Wir machen Veterinärberatung und Veterinär-Service für unsere Kunden. Der Betrieb ist aktuell frei von PRS und Mykoplasmen. Er ist im Prinzip hochgesund aufgebaut und dies gilt es für uns zu erhalten. Die Gesing-Tierzucht ist seit über 30 Jahren in der Jungsauenvermehrung und auch in der Jungsauenvermarktung tätig. Seit unserem Beginn der Zusammenarbeit mit der PIC vermarkten wir neben der Danik-Sauenlinie auch die PIC Camberow, also die klassische PIC-Sau. Mit der Camberow-Sau haben wir eine Sau im Angebot, die eine extrem gute Ausgeglichenheit zwischen Handling und Leistung haben und bietet damit dem Kunden einen deutlichen Mehrwert im Bereich Handling und Effizienz. Und wir sind froh, dass wir hier mit der Familie Schwarz einen guten und kompetenten Partner in der Region Norddeutschland haben für die Vermehrung der klassischen PIC-Sau. Das Ziel der Selektion ist immer das gleiche. Wenn wir Schweine für unsere Kunden verladen, wollen wir Marzipanschweine verladen. Was heißt das konkret? Toller Typ, gutes Gesäuge, gutes Fundament und einfach schicke Tiere. Ja, also wir beiden sind ja eigentlich nur ein kleiner Teil der Gesing-Tierzucht. Hinter uns, da steht ja ein viel größeres Team an Leuten, die dafür arbeiten, dass die Sau jeden Tag ein bisschen besser wird. Und genau das möchten wir auch auf deinem Betrieb beweisen.